Beide bereit? Ja. Guter Kampf. Geh in deine Ecke, wir gewinnen. Geh in deine Ecke. Oh, ein schöner Knopf. Äh, Knospen. Äh, Knopf. John, los bitte. Ich weiß nicht, dasselbe ist und nichts ganzes. Let's go. Oh, das will ich sehen, Alter. Oh, guck mal, jetzt habe ich eine neue Sitzposition gegen gelernt. John ist so breit, dass er mich schon wieder nicht hört. Ich bin noch an. Ah, okay. Auf, 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 auf. Los geht's. Ich hab keine 100.000. Ich hab nur 330.000. Ey, duke, warte doch, er hat sich umgedritten diese Mal. 5.000 auf den Schwarzen, so. Oh, shit, oh, oh, shit. Oh, er kriegt aufs Maul, Scheiße. Jawohl, auf, gib mal Gas. Oh, er gibt ihm Kombi. Was war das denn? Was ein Comeback, Gerakat. Du war doch... Oh mein Gott, ey. Nee, er war nicht tot. Ich freue mich. Aber der dachte... Boah, der hat mir vorhin in die Eier getreten, Alter. Boah. Erst. geht schon wieder starten ja was los nicht wo er ist doch schon hier auch schon in kampfstellung wiederholung wollte wiederholung wiederholung an der tag ist ein schwannig lecker los ich hatte ein paar kopfprobleme mein bester oder letzte runde ich bin richtig aus dem maul digger anna tecker schafft das innen los ja und kowalski es ist eine mosche das war ein schlag man das war beim hingehen ja er war ganze den kampfstellung außer wie auf dich zugelaufen ist genau und mittendrin hat er mir zweimal sofort ein hit gegeben aber er stand in kampfstellung wirklich aber wenn du da machen mal noch mal wiederholen nun bitte da wird schon los so an der däcke weiter 3 5 12 14 16 Jan König Renn in den Ring Jan gegen Ivan Manchmal hat das passiert, verstehst du? Wo ist Ivan? Achso, ist drinnen, okay Mach dir Kommst du noch rein? Er ist drinnen, das ist dort, kurz Ich hab nicht voll Oh, das ist ja schöne Fight, ey Was? Ich hab nicht voll Ja, ja Achso, sorry, sorry Jetzt, ja Werde bereit? Natürlich Los, John Oh, rausch mir die Viecher Hey Bruder, aber hast du gut gemacht Ich hab genau, ich weiß was du meinst Hast du gewonnen, oder? Das ist einfacher mit Dingen zu machen Hey, nö, ich hab den Kaffee mit dem 5 Kaffee Nein, ich hab den Kaffee mit dem 5 Kaffee Nein, ich hab den Kaffee mit dem 10 Oh, ihr zeigt keinen Pussy überweis jetzt Boah, ich hab dir schon 15.000 überwiesen Uuu, ihr habt den aus dem... Er hat so eine starke Faust, dass er... Oh, shit! Oh, shit! Er hat den durchs Gitter gequetscht Mein Besser, ich hab euer Auto Pussy Wollt ihr noch um Ehre kämpfen? Natürlich Ey, diese eigene Maske, der geht mir voll auf die Oh, wenn ich verkacken werde John, los Hey, ciao Hey, besser Geht doch nicht raus! Äh... Von, ähm... Eeeh... 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 Geh mal weg, ich muss das bei machen Oh, shit! Woah! Äh... Mein Gott Warte 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 Jan gewinnt Eeeh... Let's go Aber alles nicht per place Giovanni wollte sich den Autoschlüssel haben Alles nicht per place Warte 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 Du hast mich gerecht, ich bin cool Warte Natürlich Auf mir das E63 AMG-Schlüssel hab ich Ja, ja, mein bester Willst du kaufen? Willst du schreit? Willst du schreit? Hm... Was willst du? Habe ich ihn auch schon gesagt? Giovanni Nur durch per place gewonnen Nur durch per place gewonnen Nur durch per place gewonnen Wer durch... Per place gewonnen hast? Ich? Äh... Jan, ich hab deinen Autoschlüssel noch Kann's behalten Ja, okay, dein Auto auch? Hoffe nicht Ja, ich hab dich schon weggeparken Kann ich mich nicht brennen Echt? Ja Ich brauch ne Zahl, entweder 5, 12 oder 16 Ich brenne 12 Ich hab noch Schulden Man brennt da 12 gegen... 16 Okay Also, John gegen mich John-Nummer Aber warum sind wir jetzt auf ungerade, Mann? Egal Nee, passt schon Kommt schon, ich passt schon Hey, wieder ein Autoschlüssel John... Bist du bereit? Jo Warte ich so John, los Wer ist das? Nee, nee, noch nicht Nicht John... Wer bist du? Ja Ah, der war sch... Nee, Alter Ich hatte kein volles Leben Ich hatte kein volles Leben Wiederholung Sorry Es gibt Wiederholung Ich hatte kein volles Leben Hast du Beweise? Schnauze da hinten Ich will ein Kling Nach zwei Schlägen bin ich nicht K.O. Ja, du hast schon mehr als zwei kassiert Nee, ich hatte wirklich kein volles Leben, Mann Meiner ist gut, mach John, los Oh, er hat gesessen Ah, ja Ah, ja Ah, ja So, deine, die Schnell, bitte Hast du wieder kein volles Leben? Äh... Schnauze, Tom Sanktion 20k Geil 154 Ja, geil Bereit? Hä? Was war das denn, Alter? Was machst du denn da mit ihm? Was machst du? Keine Ahnung, Junge Ich bräuchte nochmal Ja, ja Jetzt bin ich halb runter, Alter Perfekt an mir Was dann, Alter? Wir sind bereit Warte, ich lass dich reingehen Ich kann keine Kampfstellung machen, oder was ist das denn? Das geht nicht Ja, dann Porn 2 Millionen mehr Dann Porn-App mal Ja, cool Ja, was dann Oh, ich hab gewonnen Er ist weg, nee Spaß Ich mach schnell Porn-App Was? Gibt's keinen dritten Platz zum Gewinn? Ne Warum das denn? Ja, soll ich's rein machen, oder was? Ah, ja Schon, ja Ja, dann Sag mir was Mach dritter Platz 100k 100.000 Ja, passt Da ist er mein bester Und hat das gereicht für das? Ja, ja, auf jeden Fall Ich hab dein Geld in Bar Ich hab dein Geld in Bar Ich hab dein Geld in Bar Es wird 16 Ja, ja Ich hab nicht gedacht, dass wir so viel werden Ok, also der erste Platz bekommt 300.000 und? Ne BMW Maschine Schon bekannt So, und hier Eine BMW Maschine 20.000 geben Jungs Der erste Platz bekommt 300k und ne BMW Maschine Geil Mein Gott, ich muss das scheiße Ich muss das gewinnen Ich muss das gewinnen Motorrad Ja Ich hab einfach die Ach die So ne BMW Maschine So ne BMW Maschine Was sagst du? Ich hab 40k einfach verloren Ich muss gewinnen Meine Nummer Telefonnummer Scheiße, Mann Die Bahn Ähm 8, 3, 10 8, 3, 10 Ich rauch mal eine Gemütlich 1, 0 5, 7, 7, 3, 9, 2, 5, 7, 8, 1, 2, 5 Ja, perfekt Ja, perfekt Ja, Wettschulden Wettschulden sind halt Ehrenschulden, ne? Dinger Wer ist aus deiner Liegeschütze? Wer ist aus deiner Liegeschütze? Oh Ey John, kämpfst du schon wieder? Nein, nein Wenn du tot bist Wenn du tot bist Wenn man tot ist, kannst du ausbauen Nein, nur mit Händen doch Oder tot Hugo Ja, ja, ich komm schon Der ist doch da Höh? Also 1,0 für dich steht es jetzt gell Ja Murke Ja Guck mal Ich hab mit meiner Pistole gezählt Jetzt jetzt wieder Und ob er hä? Oder hä? Ja, perfekt Oder hä? Was ist denn das vendor ge avent團? Wir sind bereit schon Oder hä? Behalt die Ich hab eine Pistole Jetzt zieht der Pistole auf einmal sagt er bitte in der john er soll los ankündigen jetzt ankündigen die müssen ich schwöre soll ich noch ein joint rauchen gehen ich zähle einfach ist das ok 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 1 2 ein tritt gegen das knie und gewinnt so jetzt muss ich mal platz die strecke auf drin halt jetzt bin ich traurig ich habe schon zweimal gewonnen hat ja ja jetzt wir sind gerade mal jetzt im ja ich bin schlecht im finale sein ich bin weg so jetzt glaube ich kassel gegen undertaker du hast doch verloren in wien du hast gegen caesar verloren ja ja also team gegen caesar was ist meine freund ich glaube man wirst du jetzt traurig schwecken thomas der kriegt seine erinnerung schon wieder vertraut mir doch bestimmt da muss viel mit freude machen das kommt macht deine arbeit mal man hört dich gar nicht ich habe auch noch andere sachen gemacht dass man gerade selbst hat er noch da er ist noch da man war da sauberer ah ok ist ganz stark ja wir müssen 10 leute bei drei geht es los schwörde mich beide ja schwörde mich beide ja schade ich eins zwei drei jawohl 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 oh mein gott uuuh stark man ja sehr stark man sehr stark sehr stark alter ich muss dir das motorrad gewinnen alter eins zwei drei ja los mir hätte sie nichts gebracht dass ich erst der platz wäre du musst dich beeilen sonst habe ich alles verkauft bevor ich dir noch ein paar joints verkaufen kann ja so muss ich gewinnen ja sollt ihr noch um die ehre kämpfen also er also er noch habe ich sie um die ehre kämpfen ja komm mal jetzt muss ich noch mal ein paar holen fahren deine joints ich muss mich auf die gampf konzentrieren weißt du ja die joints sind das wichtigste vertrau mir die maschine eins zwei drei los los noch ein ja um die ehre um die ehre muss man nicht muss man nicht die ehre habt auf jeden fall das war die ehre das war ein scheiß junge hat gewonnen ja guck mal auf der straße kämpft du auch nicht mit dem kampf stellen ne ja weißt du wenn man nicht kampf stellen kann man ganze spammen das bringt dir doch nichts ja das nervt auch ich finde das so geil so die weiter 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 und weiter so wir sind jetzt im halbfinale angelangt ich weiß noch viel wir sind noch im halbfinale Jan Cesar Undertaker und John ich habe doch irgendwas anderes verstanden alles gut so also 3 7 8 12 eine Zahl bitte 7 ja und hat 12 gerade gekämpft nicht ich dann 12 ok das würde ich auch haben aber ja also Jan gegen John oh du bist wer gegen wen Jan ach jung ja ich muss kurz auskurieren ne selber schuld oh ich hätte ich auch so rufen können ja geil auch ne schleider ich kann mal auf sich nicht du kannst deinen gegner fragen ob du dich kurz auskurieren darfst wenn er nein sagt dass du weg ich also jetzt bist du ja normal wieder das ist sehr schnell so bei 3 gehts los schwört ihr mich beide mhm mhm 2 3 los ja du schaffst das kaum ich glaub an dich ich glaub dass er gewinnt ich glaub dass er gewinnt ich glaub auch dass er gewinnt lernt haste lernt haste lernt haste lernt haste jawohl alles gut der kann noch gewinnen dann schluck immer noch an dich schluck der kann auch irgendwann noch gewinnen wenn er jetzt gewinnt kann er noch mal kämpfen ja warte 1 2 3 los was ist denn eine letzte mann ja was jetzt verliert ist quasi der dritte platz oder ja top muss eigentlich schon ja also musst du wissen du schreibst das auf alter ich bin zu dumm für sowas aber 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 es werden immer weniger also es sind nicht mehr viele da so was ist sicher ja ja vier leute sind jetzt wie die ja jetzt ist er noch zu 100% drin ich bin noch zu 100% drin ich bin noch zu 100% drin ja ja ah kämpft er noch um die jahre wenn er Bock hat ich weiß es nicht er musst du nicht ich weiß es nicht ja komm machen wir alles für purple haze und den 1 2 3 los wenn es um die ehre geht gewinnen sie fast die mole aber nur knapp aber nur knapp 3-0 so jan du wärst du bist dritter geworden du kriegst trotzdem dann 100k aber nicht von mir jetzt dann oi wer ist erster jetzt kommt jetzt kommt finale also ne blödsinn blödsinn was laber ich jan ist nicht dritter ich wollte grad sorry sorry jetzt kommt noch caesar an der teker jetzt gehts um ein dritter jetzt dann bald gehts um ein dritter sorry sag ich euch bin dumm für sowas ich hab gedacht wirklich wir machen finale fuck alter oh man schluss das so schluss werde bereit ja ich bin bereit bei drei gehts los 1 2 3 eigentlich müssten die beiden verlierer aus dem halbfinale jetzt um den dritten platz dann kämpfen weißt du ja das mach ich sehr schön ja gut danke tom medic ich glaub an dich gib dem gib dem links rechts mein besser ich bin nervös alter nicht wegen dem geld sagt er ist jan noch da warte kurz ich muss kurz zu jan einen moment kurz jan du kämpfst dann um den dritten platz nochmal genau aber jetzt nicht mehr ok so nicht labern fäuste will ich sehen ach was ach was schöpft ich hätte eher Bock auf das Bike so so in eure Recken bitte beide bereit ich bin bereit 1 1 2 3 los sehr schön ja uuuh noch zwei Fäuste uuuh uuuh er steht noch uuuh jetzt ist jan gg also der kann gleich im ring bleiben du kämpfst jetzt mit jan und dritten platz du hast ja gar kein schlag ab bekommen oder ne nicht du wir haben doch grad eben am dritten platz gekämpft wer kämpft jetzt gegen wen also du hast ja schon mit du hast ja grad gegen jan gekämpft oder die beiden verlierer von eben gerade ich hab grad gegen jan gekämpft ja nein die beiden verlierer von eben gerade ja das war john und jan genau ja wir haben immer so caesar und ich haben grad um den dritten gekämpft ich habe gewonnen ne er geht jetzt ins finale du gehst dann ins finale ahja mein ich ja mein ich ja ja und ich meinte grad john und jan kämpfe zum dritten platz das meinte ich ach das war der dritte das war der dritte weiss ich kämpfe das gegen ihn oder wie ne blödsinn nicht john caesar meine ich wie john ist vierter hey john ist ja weiter sorry jan geh mal rein das freuchte ganz so wo ist caesar ja alles gut ja nur wenn du willst musst du aber nicht caesar du kämpfst ja zum dritten platz gegen jan jetzt ja ok naja sag ich ja ich bin zu dumm für diese scheiße guck mal das macht andertag mach dir mal ne tabelle oder so da benutzt du ich noch hab ich eh aber ja ja der braucht noch ja der braucht noch ja der braucht noch ja der braucht noch ja bei 3 gehts los 1 2 3 los warte was ich muss zu gucken komm hera mano das ist ein johnny stark man wie bitte stark alter macht nix wir sollen ja jawohl 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 vermütig werden du bist im finale mit john es ging gerade um dritten platz also caesart 100 aber die musik ich muss warten bis jemand da ist von oben der das geben kann und andere tekerin was du brauchst noch nie doch doch einmal hoch ja ja habibi john schlubb an 50.000 auf andere teker du bist folge 1 2 3 los und der teker kippen der erste schlag ist immer nicht kampfstellung und ganzes zeit die ganze zeit oder ja du kannst du rechte maustaste ja hallo wer ist hier hallo beim event ich habe jetzt gerade keine zeit ruft dich gleich an an der tk hast du gewonnen ich bin jetzt raus ich bin ich gucke ich gebe jetzt ein punch ok jetzt steht hinter mir so ja jetzt da lehnen ab so wo ist kassel beide bereit 1 2 3 los was hier ja 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 Der Gewinner ist Undertaker!